jetzt den brummt wieder da übrigens ja wieder da dein brummeln so schwerer als ich so eine frechheit eigentlich könnt ihr langsam fahren ich hole ja sowieso wie am ende ein war gegen die karte von der röhre ob es so lange her dass man sie mir weiß wo hinfahren muss und das war zu hoch das ist gerade verwirrend hier bei mir auf der seite ist genau auf der selben seite bei uns alle ja aber ich weiß nicht wohin das ist problem irgendwie in die röhre rein aber ich habe keine ahnung man irgendwo der punkt ist also fest an die landwand und dann in die röhre rein okay das war gerade wissen das habe ich nicht gesehen weil ich bin immer weitergefahren bin aber abgesprungen wirst du ja schaffe ich das ja hat gereicht auf die plattform mit mühe und not aus der röhre rausgekommen und auf die plattform gekommen ey oh da fliegt er schaffe ich hab's gewusst schön senkrecht gegen den Wow, weit geschrungen. Wart man mit zu viel? Ohne, jetzt sieht es aus. Ich komme nicht mehr drauf. Ich komme nicht mehr drauf. Ich habe so ein beschissenes Bombenpunkt. Ja, endlich. Ach, wusste ich natürlich nicht. Ich dachte es ist durchgängig. Bin ich langsam gefahren. Ja, fahr doch mal. Höher, höher muss ich abspringen. Höher. Höher. Hoch, hoch. Komm, komm. Das schaffst du. Nein, nein, nein. Das schaffst du doch nicht. Okay. Äh, wo geht denn das jetzt hier hin? Auf jeden Fall auf die Plattform, ja. Rotter. Rotter. Rotter, komm. Oh, neben dem Punkt und ich flieg wie ein Flummi weg, alter. Höher. 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 Äh, machen wir halt doch mal. Ich könnte doch jetzt über die Röhre fahren, aber ich höre das zu. Der hat sich nicht geflippt. sind nur 22 punkte was war das denn gerade aber eindeutig wie er kannte glättung aus glättung aus ach jetzt wird's was ok habe ich ist hier richtig in die röhrer rein ich glaube ja nicht ich glaube ich hätte weiter springen müssen ja nicht so komisch auf der plattform ist ja ekelhaft ja 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 ist ja wohl ein bisschen unnötig hier mit den loopings gewesen oder dass du einmal im kreis fahren musst nein den krieg ich nicht weil ich nicht in die mittel gesprungen bin oder ne fall vorbei nein alter die rampe ist ja mal ekelhaft die eine oder wo du hoch fahren musst wo die straße sich so gabelt hoch nach diesen beiden loopings und die eine rampe ist ein bisschen versetzt ja und deswegen springt der wagen nicht gerade ab sondern zieht immer nach links oder ne nach rechts zieht sie ach jetzt aber ach ich sehe die fliegen dahinten komm zurück ich gehe mal davon aus dass wir da hoch müssen natürlich ok man man aha auto mit stahlfeder also mit richtigen fehler ohne fehler wäre geil jetzt fliegt das vorher her komm warte ich hab das hier nicht gerade hoch zu fahren alter alter wie soll ich denn so basti einholen jetzt jetzt ah nein man warum muss man denn auf die röhre anfangen das ist doch so ekelhaft man ich treffe diesen steg nicht verdammt alter ach jetzt jetzt weg den punkt erst ach schon wieder verrissen mann ey ich komme nicht auf den steg drauf wo die die nicht an thing us Nein, verreckt. Auf der Kante aufgekommen. Ich komm nicht gerade hoch, um auf dieser scheiß Steg zu landen. Jetzt bin ich zu weit links. Ich komm natürlich wieder so oft, dass er wieder weghüpft. Jetzt kann es das werden. Oh, endlich. Halt, was ist das denn hier gerade? Alter, das war gerade gewöhnt. Wo muss ich denn da lang fahren? Runter oder hoch? Hä? Der Punkt ist in der Röhre, richtig? Irgendwie fährt man da hin? Die Spirale runter und... Ja, du musst dann von der Spirale, wie du hochfährst, musst du dann in der Röhre rein springen. Naja, aber ich muss jetzt mal hochfahren und dann runter, keine Ahnung. Das ist so verwöhnt gebaut hier gerade. Ach, fahr doch weiter, Mann! Ach, fahr doch weiter, Mann! Okay. Ach, verdammt! Der hätte die Speed gebraucht, um da rein zu springen, wa? Hm, knapp vorbei! Ein bisschen mehr Schwung und ich hätte es gekenngekriegt. Es schaffen soll, oder? Ach, hier wird Remi an der einen Stelle immer, ey, wo er so kacke zusammengebaut ist. Was, blach! 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 Ach, an die Stelle kann ich mich noch erinnern. Wo du von der einen Röhre in die andere Röhre und in eine Decke verlangen musst. Ach, kann ich mich noch dran erinnern, so Quarge. Wir kommen ja nicht bis zur Plattform mit dem Auto. Wenn ich da bin, zeig ich dir wie es geht. Jetzt muss ich mal hier mit dem Auto hinkriegen, hier mit dem hochfahren und dann... Bleib doch mal da drauf, Piskara! Ah, bin ich echt zu schnell gewesen und bin über das Ding drüber geflogen, verdammt! Stimmt, du musst ja aus der Röhre auf den halben Loop gehen und von da aus auf den Vorwärts springen. Nein! Ach, verdammt! Der Punkt ist jetzt da drüben! Oh! 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 Alter, da war ja was mit der Plattform! Ah, der hätte auch mal einen Punkt zwischendurch einsetzen können! In die Röhre oder so! Oh! 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 Ach, jetzt war ich schon wieder zu schnell. Ich kann das nicht mehr so schlecht abschätzen, wenn irgendwas ist, wo du wirklich so Geschwindigkeit abschätzen musst. Krieg ich ganz schlecht hin. Entweder Vollspeed oder Brems komplett. Ich weiß nicht, nie, Mann. Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, Mann. Das Schöne an dem Auto ist ja, du kannst an diesem Warwick ran sprengen, das Auto kann stehen bleiben da. Na, jetzt lieg ich doch bestimmt zu weit. Oh, ich ahne, Schlimmes gleich, komm, bleib liegen. Oh, Gott sei Dank. Was war jetzt hier nochmal? Ach ja, rüber auf die Plattform da war. Okay, ein Meter hätte gefehlt. Jetzt war ich zu schnell, Alter. Das ist doch ekelhaft, Mann. Mann. Ah. 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 Jetzt überdreh ich mich. doch man ist doch nicht dein scheiß ernst und wir nicht hin wo wir kommen und das war sei flogen ja ob man bis zum punkt fliegen könnte dann nehmen wir die dachlandung dachlandung ist immer gut dachlandung bleibt immer liegen mein controller ist alle verdammt ich wollte gerade sagen wo fährt mein auto nicht weiter ja ja denn da runter denn darüber denn da hoch und dann springen und dann hoffen dass wir einfach drauf landen nein mann und da und da wollen wir kein ziel fahren ja fahr rein das dauert sonst nicht noch stunden hier zum beispiel aus dem rumgefahren weg bin ich anhaltsweise bis zur plattform gekommen das ist kein problem das geht also ich fliege sogar drüber teilweise ne doch aber ich bin auch teilweise drüber geflogen ich kann ich guckst du schon zu ne 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 nein das gibt es nicht großkotzt ziel fahrt das kriegt den letzten punkt nicht hin zum ziel also vom letzten punkt zum ziel wo war doch jeder jetzt bin ich zum beispiel viel zu weit geflogen deswegen gefragt ob man auch zum punkt springen könnte aber ich habe die höhe da nicht mehr ich komme sogar weiter pass mal auf habe nur acht sekunden sollte er reichen hoffe ich ich bin jetzt schon eigentlich schon so weit ich würde jetzt wieder drüber fliegen ganz locker über die plattform ich schaffte das sind gar nicht abgekürzt sonst hätte ich da noch 20 minuten sprung trotzdem war die gut war zwar teilweise die war war jetzt ein kacke zusammengebaut aber vielleicht war das durch absicht man weiß es immer nicht ja ja gut das sind ja gut das sind